Hallo, mein Name ist Tim Teske, ich bin ehemaliger Spieler der Verbandsligamannschaft, bin jetzt Spielausschussvorsitzender bei der Viktoria Kelzerbach und Kollege von Christian Ositrupkovic in der sportlichen Leitung. Ja, zu neuen Saisons zu sagen, dass wir uns seitens des Vereins und seitens der sportlichen Leitung dafür entschieden haben, mit dem Trainerteam zu verlängern. Wir setzen einfach auf qualitativ hochwertige Arbeit, auf ein breites Gespann und haben uns dafür entschieden, dass wir einfach mit dem gesamten Trainerteam in die neue Saison starten werden. Wo uns der Weg hinführen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Wir hoffen natürlich das Beste.